Viele von ihnen haben den Börsenkrach Reichtümer verloren. Die Reichen, die Kapitalisten in New York, die Juden, die mächtigen Banken. Sie bilden ein internationales System, in dem die Mobilität des Geldes eine Fähigkeit, finanzielles Chaos und Panik anzurichten. Dazu führt es, dass Regierungen, die sich ihm entgegenzustellen baden, gestürzt werden. Was ich hier sehe, ist eine Politik, die niemals von britischen Staatsmännern verteugt würde, außer sie wären verrückt oder die Erfüllungsgehilfen von jüdischen Finanzisten. Das sind die Menschen, die ihr Geld haben, aber ich und all diejenigen, die die Wahrheit kennen, entzünden eine Flamme, welche die Atheisten nicht löschen kann. Ich denke, es liebt in der Natur unserer Botschaft, dass die Presse nicht fair darüber berichten wird. Denn ich fürchte, dass die Zeitungen in unserem Lande demselben Kapital gehören, das ihnen auch ihr Geld genommen hat. Sie verkaufen den Menschen falsche Nachrichten. Sie stellen die Interessen von Spaltern und Zerstörern über die Interessen unserer Nation. Guter Mann. Also lauschen Sie meine Worten und geben Sie sie weiter an diejenigen, die zuhören. Manrrherinnen und Zerstörern über die Bark senken. Sie werden das gegen sie untertäuschen. Vielen Dank.